Ich freue mich, dass du dabei bist und möchte dir heute zeigen, wie du eine Schale oder anderes Geschirr bemalen und dir somit einen universellen Glücksbringer herstellen kannst. Doch wie kommt so ein Glücksbringer denn ins Museum? Diese Frage beantwortet dir die Sammlungsausstellung Weltkultur bei uns im Badischen Landesmuseum. In der Ausstellung wird gezeigt, dass die verschiedenen Kulturen auf dieser Welt zwar ganz unterschiedlich erscheinen, dennoch seit jeher eng miteinander verbunden sind und sich gegenseitig austauschen und beeinflussen. Zum Thema Glücks- und Heilsbringer gibt es im Landesmuseum einige Objekte zu sehen, die uns zeigen, dass der Wunsch nach Glück Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam ist. Daher gibt es überall auf der ganzen Welt bestimmte Symbole, um Glück zu bringen oder um Unheil abzuwehren. In unserer westlichen Kultur gibt es auch Bilder, die uns Glück bringen sollen. Vielleicht kennst du den Glückspfennig oder das vierblättrige Kleeblatt, das Hufeisen oder das Glücksschwein. In verschiedenen Kulturen gibt es ganz unterschiedliche Symbole, denen glücksbringende Eigenschaften zugeschrieben werden, darunter einige, von denen du vielleicht noch gar nicht gehört hast. Hast du auch solch einen Talisman, den du bei dir trägst und der dir Glück bringen soll? In unserer Ausstellung zum alten Ägypten werden Skarabäen aus Ton oder Stein ausgestellt. Solch einen siehst du hier. Vielleicht hast du solch einen Mistkäfer auch schon im Wald gesehen. Dieser besonders fleißige Käfer verdankt seinen Namen, seine Eigenschaft Mist zu sammeln und ihn sorgfältig zu Kugeln zu verarbeiten. Im alten Ägypten erinnerte die Menschen das Rollen dieser Mistkugel an den Lauf der Sonne über den Himmel, die im Osten aufging und im Westen unterging. Darüber hinaus schlüpfen die jungen Tiere aus der Dungkugel, wie eben in der Vorstellung der alten Ägypter auch die Sonne jeden Tag wieder aufs Neue geboren werden musste. Und so stellten sie auch ihren Gott Shepre, der den Sonnenaufgang symbolisiert, meist in Gestalt eines Mannes, eben mit dem Kopf eines Karabeus dar. Das Karabeus galt als Glücksbringer und Schutzsymbol, weil er den Menschen das ersehnte Nilhochwasser ankündigte, indem er vom Ufer ins Landesinnere und in ihre Häuser wanderte. Er wurde in großer Zahl hergestellt und als Amulett, als Siegel oder eben auch als Grabbeilage verwendet. Besonders im arabisch-islamischen Raum Nordafrikas und des Nahen Ostens ist die Hand der Fatima, auch Hamza oder Hamza genannt, verbreitet. Der Name geht zurück auf Fatima, der jüngsten Tochter des Propheten Mohammed und dem Vorbild aller Mütter. Der arabische Name rührt von den fünf gezeigten Fingern der geöffneten Handfläche her. Andere sehen darin auch einen Verweis auf Fatimas Familie oder die fünf Grundpflichten des Islam. Die Zahl fünf selbst kann auch eine Schutzfunktion haben oder als Drohung verwendet werden. Hamza wird zum einen als segenspendende Hand angesehen, die ein starkes Symbol für Glück und Kraft ist. Gleichzeitig symbolisiert die Hand aber auch eine Distanzgeste als magische Abwehr und entfaltet damit zugleich eine schützende Wirkung. Als Talisman ist sie daher auch ein beliebtes universelles Schutzsymbol, wirksam gegen die im islamischen Volksglauben existierenden Geister und den bösen Blick, der durch Neid hervorgerufen wird. In den arabischen Ländern ist sie im Alltag fast überall, in unzähligen Variationen zu finden, bis hin zu Wandbemalungen. In Asien symbolisiert der Elefant Weisheit, Geduld und auch Stärke. Sein Rüssel muss aber unbedingt nach oben gerichtet sein, denn nur dann bringt er Glück. Im Buddhismus wird der Elefant oft mit Buddha verglichen und besonders in Thailand ist er ein sehr starkes Glückssymbol. Im Hinduismus, zum Beispiel in Indien, ist der Elefantengott Ganesha sehr beliebt. Er wird angebetet, wenn man Glück braucht und er ist der Überwinder von Hindernissen und ein Helfer im Kampf gegen das Böse. Eine Ganesha-Statue segnet das Haus und bringt das Glück in die Familie. Diese freundliche Katze hat ihr vielleicht schon einmal zugewunken. Sie heißt Maneki Neko und ist eine japanische Glückskatze, die dort vor allem Hauseingänge ziert. Ihr Winken mit einer Pfote soll Glück, Wohlstand und auch Gesundheit garantieren. Winkt sie dabei mit rechts, so bedeutet das Wohlstand. Winkt sie mit der linken Pfote, so bedeutet das Glück. Sie soll dabei freundlich gesinnte Besucher und somit auch das Glück von der Straße hereinwinken. In Japan gibt es noch ein weiteres Symbol, das ich dir vorstelle. Es sind ganz besondere Fische, nämlich Koi-Karpfen. Sie sind ein anderes wiederkehrendes Motiv in der japanischen Kunst und Kultur und ein Symbol für Willen, Ausdauer, Lebenskraft, Energie und auch Fruchtbarkeit. Der Legende nach verwandelt sich der Koi-Karpfen in einen Drachen, wenn er es schafft, den gelben Fluss und seine Wasserfälle und Stromschnellen zu überwinden und stromaufwärts zum sagenumwobenen Drachentor zu schwimmen. Als einzigem Fisch kann ihm dies gelingen und deshalb ist er auch oft ein Talisman für Glück und für Reichtum. Als Glücksbringer hat er auch eine besondere Bedeutung am traditionellen japanischen Kindertag, dem 5. Mai. An diesem Tag hängen Familien sogenannte Windkois an einen Mast vor ihrem Haus. Damit begrüßen sie den Frühling und durch das Flattern im Wind symbolisieren die bunten Koi-Fahnen, dass die Kinder auch alle Schwierigkeiten des Lebens überwinden werden. Und nun zeigen wir dir, wie du einen Teller oder eine Tasse mit einem Glückssymbol bemalen kannst. Wie du siehst, gibt es eine ganze Menge Glücksbringer, aus denen du auswählen kannst oder du überlegst dir auch etwas Eigenes. Aber du findest auch eine Vorlage mit Motiven auf unserer Homepage, die du herunterladen kannst. Für deinen eigenen Glücksbringer brauchst du Geschirr, Teller, eine Tasse, oder eine Schale, Porzellanmalstifte und einen Lappen mit Glasreiniger. Bevor du anfängst, mache das Geschirr gründlich sauber. Nimm dazu den Glasreiniger und den Lappen. Achte darauf, dass keine fettigen Stellen am Geschirr verbleiben. Vorzeichnungen kannst du vorsichtig mit einem Bleistift anfertigen und wenn du dich vermalt hast, kannst du es direkt danach noch mit Glasreiniger entfernen. Wenn du fertig bist, lass die Farbe auf deinem Objekt trocknen und erhitze sie. Entsprechende Herstellerhinweise auf den Farbstiften. Beim Gestalten kannst du dich nach Herzenslust austoben. Bemale deinen Gegenstand nur von außen, damit du davon essen und daraus trinken kannst. Und nun viel Spaß und viel Glück und auf bald im Badischen Landesmuseum.